Ich heiße Lea, ich bin 15 Jahre alt. Muss ich sagen, finde ich ziemlich gut, weil ich würde gerne damit entscheiden, also ich würde mich gerne damit auseinandersetzen, auch jetzt schon und freue mich eigentlich darüber, muss ich sagen. Finde ich gut, dass es eine neue Möglichkeit wäre, auch schon mit 16 zu wählen. Ich finde, es gibt eine höhere Wahlbeteiligung, also dadurch, dass halt noch Jüngere dazukommen. Wir können schon früher entscheiden, was ich gut finde und man kann sich auch in der Schule damit schon auseinandersetzen, ob man jetzt in Politik zum Beispiel, dass man einfach sich mit dem Wahlprogramm auseinandersetzt. Nö, finde ich nicht. Ich finde die Bildungspolitik relativ interessant, weil das mich noch betrifft. Und ich finde, dass mit den 13 Jahren, also wir machen nur noch 12 Jahre und das mit dem Schulsystem haut nicht ganz so hin, also das finde ich nicht so gut. Ich finde die Bildungspolitik. Du bist das ja nicht so gut. Ich finde die Bildungspolitik. Ich finde die Bildungspolitik. Vielen Dank.